Hey Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich war heute Morgen unterwegs und habe ein neues Filmrezept ausprobiert, aber diesmal nicht von Fuji X Weekly, sondern von einem Follower von mir, vom lieben Maurice. Den verlinke ich euch hier rechts oben. Und sein Filmrezept nennt sich Nostalgic Dream. Das packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und er meinte, es passt perfekt an sonnigen Tagen und das hat heute Morgen wirklich richtig gut gepasst. Also es ist wirklich ein richtig schönes Recipe. Ich habe mich auch nur auf das Licht konzentriert, habe einfach nur geguckt, wo fällt das Licht schön und habe dort Fotos gemacht. Und das Ganze habe ich mit meiner Fuji X-Pro3 gemacht, zusammen mit dem 35mm 1.4. Links zur Kamera und Objektiv findet ihr in der Videobeschreibung oder auch hier rechts oben. Damit könnt ihr wie immer mich und meinen Kanal unterstützen. Und dann bin ich meine übliche Runde eigentlich gegangen, ein bisschen durch die Stadt, dann runter bis zum Hauptbahnhof und noch ein bisschen durch den Hauptbahnhof durch, weil einfach die Atmosphäre dort immer cool ist und man dort wirklich super Lichtstimmung einfangen kann. Aber ich will auch gar nicht zu lange labern. 18% von euch wissen, was sie zu tun haben. Ihr guckt regelmäßig meine Videos, also haut bitte gerne mal unten auf den Abo-Button. Danke dafür und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.